Thomas Mayer ist Politikwissenschaftler, inzwischen emeritierter Professor der TU Dortmund und Chefredakteur und Mitherausgeber der Zeitstriff Neue Gesellschaft Frankfurter Hefte. Sein bei Surkamp erschienenes, gut zu lesenes, thesenreiches und in Knappheit und Form einfach billantes Buch hat den Titel Die unbelangbaren, wie politische Journalisten mitregieren. Ich kann Ihnen eigentlich nur empfehlen, dieses Buch selbst zu lesen und sich eine Meinung zu bilden. Der Titel zeigt bereits an, worum es geht. Journalisten, sagt Mayer mit Bezug auf einen Artikel von Frank Schirrmacher vom März seines Todesjahres 2014, Journalisten wollen mit ihrer kommunikativen Cleverness mitregieren. Sie ermächtigen sich selbst, im politischen Betrieb eine Rolle zu spielen, ohne je gewählt zu sein. Schlimmer noch, sie sind unbelangbar. Natürlich sind die Produktionsbedingungen für Journalisten unter Druck geraten. Sie antworten auf den Echtzeitdruck mit Eskalationsjournalismus, das heißt mit einer auf Eskalation zielenden Dramatisierung, die immer weniger Raum für Distanz, für kritische Prüfung und Selbstreflexion lässt. Mayer analysiert sehr genau, dass Journalisten häufig so tun, als hielten sie der Wirklichkeit einen Spiegel vor, während sie in Wahrheit den Spiegel durch eigene Interessen und Produktionsbedingungen verändern und verbiegen. Hinzu kommt, dass die Rückseite des Spiegels, sprich handwerkliche Entscheidungen, Wahrheitskriterien und andere Aspekte der Modellierung nicht thematisiert und nicht selten aktiv verborgen werden. Das Ergebnis der fehlenden Selbstbeobachtung und Selbstkritik ist eine defekte Demokratie. Denn diese ist auf eine intakte Öffentlichkeit angewiesen, die aber zunehmend abhanden kommt, wenn Medien erstens ihr Veröffentlichungsmonopol nicht im Sinne der Demokratie nutzen, zweitens ihre eigenen Interessen verbergen und drittens unbelangbar sind. Die Kapitel in Mayers Buch sind kurz, die Thesen einerseits differenziert, andererseits knapp und deutlich. So untersucht er beispielsweise auf nicht einmal zehn Seiten die Logik der Massenmedien, die auf dem Medienmarkt vor allem mit den Kategorien Neu gegen Alt arbeitet. Sein Fazit, die Mediendemokratie basiert auf der guten Information aller Bürger, aber große Verbreitung ausgerechnet verzerrt simplifizierte Bilder der Wirklichkeit. Und die werden dann mit der Wirklichkeit verwechselt. Die Unbelangbaren ist ein unbedingt lesenswertes Buch, dessen Analysen helfen könnten, nicht nur Politik und Medien besser zu verstehen, sondern auch einen Grundpfeiler unserer Demokratie zu stärken, die, ob man will oder nicht, vor allem eines geworden ist, eine Mediendemokratie.